Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, hier wieder in Aachen unterwegs und ja, ich habe gerade die eine Folge rausgehauen und wir fahren dann mal schnell weiter und gucken mal, was wir hier noch hinbekommen. Erstens habe ich mein Mikrolauter gemacht, zweitens habe ich mich nochmal auf pünktlich gesetzt, dass wir jetzt hier in einer Minute wegfahren erst, beziehungsweise einfach schon mal anrollen lassen ist eine dämliche Idee. So, mal gucken, ob Tatsache noch einer rein will. Nein. Okay, dann fahren wir los und gucken mal, wo wir noch heute hinkommen. Ich bin ja mal gespannt, wir müssen ja bis zum Elisenbrunnen, das ist ja das Ding, wo das warme Wasser rauskommt, soweit ich das weiß. Ein bisschen kenne ich mich in Aachen ja auch aus, ich will da ja bald studieren. So, erstmal alles aufwecken. Idiot. So. Da ist eine alte Stelle für uns, wo keiner rein will, obwohl die Ansage ist auch falsch. Die machen wir gerade mal. Stivi Straße. Stivi Straße. Yay. Okay. Campus Melatin. Melatin. Ach ja. Wo man hier nicht alles vorbeikommt. Das Physikzentrum. Physik. Aber auch da will keiner einsteigen. Und dann fahren wir nämlich einfach erstmal weiter. Forkenbeck Straße. Vielleicht haben wir da ja Erfolg. Wenn, dann fahren wir jetzt gerade einfach direkt durch. Ich glaube, da ist jemand, der für mich einsteigen will. Ach, das ist auch eine N4. Was machst du denn hier? Komm, einsteigen. Ich hätte gerne eine Ressourcenkarte. Danke. Okay, sehr gut. Oh, fuck. Woah. So, es ist slightly eng hier. Und soweit ich weiß, geht's jetzt nochmal raus auf die Autobahn. Zumindestens kurz. Ja gut, es ist hier keine Autobahn, wo wir hier gerade drauf fahren. Es ist mehr so ein... Naja, wie nennt man das? Schnellstraße. Er will gerade irgendwie nicht schalten. Hallo? Ich musste gerade den Gang neu reinsetzen, deswegen. Boah, gerade kommt er aber gar nicht weg. Habe ich noch irgendwie eine Bremse oder so an? Nee. Ich weiß nicht, warum er so nahmarschig ist momentan. Keine Ahnung. Ja, ist ja gut, Bus. Ist ja gut. Wir machen uns die Welt. So, wie es uns hier fällt. Guten Tag, Kollege. Halifax-Straße. Halifax. Oh Mann. Wo sind wir hier eigentlich? An der Halifax-Straße. Ja, dankeschön. So. Geht doch. Guten Tag. Habe ich doch gesagt. Immer normal, bitte. Ach so. Danke. Gerne. So. Ach, wie schön. Übrigens zur Information, falls die Frage aufkommt. Ja, ich fahre mit Lenkrad momentan. Ich bin noch die letzte Folge mit Lenkrad gefahren. So, da wird Rot für die Fußgänger. Und. Punch it. Dejo, dejo, deo, 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 de, 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 de. Deo, dejo, deo, deo. Deo, 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 hat, 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 hat. Sehr schön. Ja. Sehr schön. So, aber volle Kette hier. So, und hier sind wir nämlich an der RWTH, soweit ich das weiß. So, komm. Soweit ich weiß, ist das hier die RWTH, ja. Königsberg heißt das nicht auch irgendwie so? Ah, die nächste Haltestelle müsste es eigentlich sein. Links ist das eins der Hauptgebäude. Das Super C ist ja in der Innenstadt irgendwo. Und hier rechts rein, hier. Hier rechts rein, glaube ich. Oder nee, da unten, da wo diese... Da wo die Straße hier ist, da geht es rein zum Eisenbahnzentrum, wo ich bald studieren werde. Juhu! So, sehr schön. Und da unten wird es jetzt saueng, weil da unten kommt man nämlich um die Ecke und da ist dann auch der Westbahnhof. So, dann lenken wir schon mal nach links, damit wir es schön ausholen können. Und das war perfekt. Willen gab es keiner rein und raus, dann fahren wir einfach weiter. Sehr schön. Und... Wo ist der Westbahnhof? Da ist der Westbahnhof. Ich sehe ihn. Das wird doch gesagt. Ach, kommt schon, Omsi. Das wäre jetzt echt langweilig. Nicht jetzt. Omsi! Oh, oh. Okay. So, und hier ist nämlich immer so eine ganz komische Verkehrsführung hier drunter durch, wenn man hier langfahren muss. Das ist ganz, ganz, ganz grausam. Omsi. Ah, danke schön. Okay. Sehr gut. Okay. Mitten in der Nacht. Also, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Ups. Falscher Spurstreifen-Dingens. Audi Max. Ja, das ist der größte Vorlesungssaal, den es gibt. Hier in Aachen. So. Sehr schön. Da. Jetzt aber. Okay. Hallo. Guten Tag. Ich habe irgendwie das Gefühl, verfolgt zu werden von so einem anderen Bus. Naja, so. Raudimax. Ach, komm. Haltestellenbremse. Jetzt. Sehr gut. Raudi, Tor. Omzi. Danke. Okay, jetzt wird es, glaube ich, wieder mal ein bisschen was kniffliger hier rum. Aufmachen, aufmachen, zumachen, zumachen, aufmachen und Gas geben. Ja, Aachen ist verwinkelt und steil und bergig. Das ist schon ein bisschen komisch. So, was haben wir denn hier? Bondor. Guten Tag. Guten Tag. So. Der ist mir reingefahren. Ich hatte nämlich Vorfahrt. Das finde ich so ein bisschen schade bei Omzi, dass es das nicht ist, eine Verkehrsinsel, hinbekommt, das zu differenzieren. Bei mir wird ja dann letztendlich die Schuld zugetragen. Oh, ist das am Ruckeln momentan. Mann. Entschuldigung. Das nervt mir ein bisschen. So. Wollte nur sicher sein, dass er aus ist, wenn ich jetzt gleich aufs Gas trete. Das wäre sonst ein bisschen eklig geworden. Okay. Sehr schön. Ups. 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 Ach, Mann. Omzi, es nervt. Mann. Wie in der Wittenstraße. So. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab dich doch aufgemacht, du Drextür. So, geht doch. Sehr schön. So. Was angenehmer bei der Haltenstellenbremse ist, ist, dass man so von der Bremse runtergehen kann und die nie die ganze Zeit durchtreten muss. Obwohl ich hier, wenn ich hier den Fuß oben drauf lege, bei dem bloß Bus, der bleibt dann aufstehen. Komm schon. Hör auf zu laden, Mann. Alter, das interessiert mich den Scheiß. Komm, intelligente Ampeln. Oh, Mann. Ups. Müde bin ich, obwohl es gerade mal 14 Uhr ist. So. So, kann man was getrunken? Es ist gesund. Komm schon. Komm schon. Ups. Ups. Sehr schön. Ach, ein Bushof. Da ist er. Bushof. Wo weit kann es nicht mehr sein? Nein, Steiger. Pssst. Licht. Und ich glaube, wir folgen immer noch der 33, soweit ich das weiß. Die nächste Halt ist nach der Liesenbrunnen. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht perfekt nach dem Liesenbrunnen aus. Oh, das sieht wirklich exakt so aus. Das fällt mir gerade erst mal wieder auf. Jetzt mal wieder einen Weg finden. Da ist nämlich dieser Werbeturm. Da ist der Werbeturm rechts mit den Bäumen drauf. Die ganzen Fußgängerüberwege. Dieses moderne Wahrzeichen hier. Und was ist da? Das, was da leuchtet. Hier rechts. Mit diesem runden Dach oben drüber. Ich bin über Rot gefahren. Das ist der Liesenbrunnen. Herzlich willkommen. Cool. Ich glaube, es geht jetzt sogar noch einen Tacken weiter. Okay. Sieht perfekt aus. Meine Fresse. Klammer voll creepy. So, mal gucken, was er mir dann jetzt noch als nächstes gibt. Und weil Leute steigen ja ein. Oder hat er die Route schon gedreht? Ich glaube, hat er die Route gedreht? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich belebe mal den Bus wieder. Alter. Okay. So. Wir gucken, was passiert. Siert, 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 siert. Passiert, siert, siert. Passiert. Passiert. Danke, Omsi, dass du das im Lenkvorgang machst. Mann, mach doch mal dynamische Berechnungen. Berechnet dann, wenn man nicht in der Kurve ist. Meine Fresse. Theater. Das war's. Okay, gut. Meine Damen und Herren. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, hallo. Ach, komm, Omsi. Ganz ehrlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Da ist übrigens das Theater Aachen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Omsi 2. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.